Schau mal, war doch toll damals. Ja wirklich. Möchtest du? Nein, danke. Ich dachte, du liebst Mohnbrötchen schon, aber ich hab da was am Zahnfleisch. Hatte ich neulich auch, aber ich hab's weggekriegt mit Odol Plus. Das neue Odol Plus enthält die Wirkstoffe von Kamille und Salbei. Odol Plus pflegt bei Reizungen an Zahnfleisch und Gaumen und bekämpft Geruchspakterien bis tief in den Rachen. Guter Tipp. Das neue Odol Plus pflegt Zahnfleisch und Gaumen. Gibt frischen Atem.